Da hab ich auch den Stopp reingezwiebelt. Das war ein bisschen einfacher mit dem Stopp. Beziehungsweise mit dem Cut hier. Wie? Dich wollte ich doch haben und du machst jetzt mit dem da rum? Warum? Du hast deine Träume zerstört. Boah, hat der Nerd den voll umgenockt. Lass mich mal da vorbei. Boxen einfach, boxen einfach. Die Watter, die ist ja nicht schneller als ich mit dem Skateboard. Dies laufen die hier mehrmals rum. Das macht mir Angst. Boa Wink. Boa Wink. Boa Wink. So. Ich hoffe nicht, dass die alte schon wieder drin ist und mich. Ich kann nicht warte, dass du mit all den College-Tippen. Komm, hau einfach ab. Schi, 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 schi. Was hast du denn von Problemen da drüben gehabt? Oh, was war da denn? Oh, noch Karten sammeln. Ach du, ahnst es nicht. Umziehen. Boah, macht die alte hinten gerade wirklich eine Reiheaktion. Naja. Ist ja nicht mein Problem. Na, Ladies. Achso, ich kann nicht auf die Uhr klicken. Naja. So, alles, was jetzt wieder an Zeit und Zusatz ist, ist einfach nur für euch, wenn ich so ein netter Mensch bin. Yeah. Ich werde hier noch Tony Hawks Brustgetter hier. Blub, 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 blub. Oh, Jungs, ey, ich habe jetzt voll meine Fahrt gestört hier. Na, Ladies, wollte auch mal auf mein Skateboard treten hier. Da gehen wir mal zu schnell jetzt zurück, bevor wir noch einander und sind drei, äh. Das müssen wir uns immer einteilen hier, immer Quests irgendwie danach machen. Natürlich alles nervig, sozusagen. Bitte sehr. Oh, ja. Ich weiß. Jetzt mag ich Bettwies. Ja, warum nicht? Wenn ein Mädchen nackt, nimmt es ihm nur deine Geschenke an und will dich küssen. Okay. So. Hallo. Wir machen zwei Mädels als Freunde als, 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 äh, Jungs hier. Ah, nein. Ich habe fast geschafft. Boah, was ist jetzt hier denn? Ey, hau ab. Lass mich schön ruhen. War ich denn jetzt hier richtig? Und der Quiz? Achso. Hallo. Tschüss. Ne, nicht fighten. Ich tue jetzt noch ein paar Schlösser knacken hier. Boah. Meine Güte, er geht nur auf dem Kegs. Komm, wir gehen dann mal im Kreis. Boah, ist das nervig. Ich kann nichts dafür. Ich kann deine Schlösser schon wieder nicht knacken. Ciao, Jungs. Ich würde lieber den Eierwerfer davor. So, wir gehen auch direkt schlafen hier. Nützt ja nichts. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermacht. Ja, Bootgang gescheitert, warum wohl? Imziehen hier. Was können wir denn hier noch? Kopf. Eine Cappy, Westlinghelm, kein. Die Cappy gefällt mir. Muskelshirt, also Muskelshirt. Ne, wir müssen ja, glaube ich, unser roten Kopf-Machthemd, hier unser T-Shirt beibehalten. Socken, klassische Sneaker, Beine, knapper Slip. Och, oh Mann. Okay, äh. Ben? Habt ihr jetzt die Cappy auf? Ne, ich wollte das anziehen. Äh, so. Ah. Ja, jawoll, wir haben uns eine hippe Cappy aufgesetzt. Halloween? Boah, Jungs, er nervt doch nicht. Komm schon. Was haben wir denn hier, schwarzes Brett lesen? Ach, schüler ist rechter, klub, klub, klub. Ach so. Äh, blub, 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 blub. Okay. Haben wir gelesen. Und wir müssen mal langsam von diesen Bullys ein bisschen Respekt bekommen. So, dann zauern sie uns mal die Fresse ein. Machen wir denn jetzt Unterricht? Oh, ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, wir wären Freunde. Aber nein. So, wo habe ich den Unterricht? Ah, bitte nicht Englisch. Das ist alles, was du hast in der Skittle, ihr Kran-Kran? Ha! Es war ein Tiger, nicht? Was machst du hier? Oh, richtig. Klasse. GGO-GGO Ah, SDW. Ah, SDW. Hm. ABCDW. Yes. A, D, W. Wo jemand weiß, wo die Tasten sitzen, aber man weiß nicht welches ist welche es ist. Ah, jetzt klappt es auch mit Chemie. Satisfactory work, James. I'll see you next, Klad. Das ist doch geil. Du kannst im Chemie-Kasten in deinem Zimmer jetzt Feuerwerkskörper herstellen. Wie geil ist das denn? Äh, da will jemand noch meine Hilfe. Komm, jetzt versuchen wir das mal. Warte mal, du gehst deine Runde so, das heißt, ne, hier, kann ich mich verstecken. Dann versuche ich, den zu knacken hier. Alles klar. Was haben wir bekommen? Eine Sporthose. So, der sucht mich jetzt so rum, dann heißt es, ich versuche jetzt hier nochmal, um ein Schloss zu knacken. Ne, da geht's gar nicht. Aber wenn er sich gleich hier weg beeilt. Ne, auch nicht. Schade. Ja, aber mich nicht. Warte mal, komm mal her. Komm mal mit, hau mich jetzt mal. Sorry, sorry. Du bist da, du läufst jetzt so rum, das heißt, wir laufen jetzt in die Gegensitzrichtung. Schau mal, ob wir einen Spinn finden, den wir knacken können. Nur vorne weg, schade. Boah, nervt nicht. Boah, nervt nicht. Nervt nicht. Oh! 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 Oh, ich hasse es doch. Komm, wir probieren es dann mal. Aber ich will doch eigentlich die Schlösser knacken. Ich komme dann, okay, nicht zu den Schlössern zu knacken. Müssen wir doch gleich nochmal versuchen, dass wir die knacken werden. Englisch unterricht. Hallo, Klasse. Hallo. Oh! Diese Aufgaben lösen. Warum endest du sie hier in der Klasse? Damit werden wir mehr freie Zeit haben. Naja, Buchstaben mischen, Buchstaben löschen, okay. Das hatten wir doch vorher auch schon immer. Achso. Das sind immer die gleichen Buchstaben. Gut! Achso, wir können nach unten gehen auch, okay. Ähm... Jetzt haben wir Schal, jetzt haben wir... Schlaf... Ach. Yo. Ich dödel hier. So. Good one! Schlaf! Good one! Äh... Ne, nicht Lash. Lachs! Good one! So, jetzt fehlt mir... Was geht denn jetzt noch? Ähm... Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Englisch und Deutsch im Buchstaben haben. Da haben wir nämlich Haus... Good one! War natürlich fast klar. Äh... Ich weiß nicht, Flush... Ich weiß nicht, Flush... ... ... ... ... Ich kann eigentlich hier nur rumprobieren. Das muss ja ein bisschen Slang sein. Ja? Slang. Ich probiere mal hier so ein bisschen... Aber hier fällt auch nichts mehr ein. 50 Prozent aber... Komisch. Was kann denn denn noch passen? ch fällt mir auch nichts ein muss ich mir mal genau informieren beziehungsweise schreibt mir mal die buchstaben aus und versucht etwas auszufinden weil wir haben noch buchstaben bei die mir gar nicht einfallen würden dass es passt dafür sind aber leuten dinge bei mit drei buchstaben fällt mir auch nichts irgendwie ein durchprobieren wie ich lustig bin aber keine ahnung ich kann den buchstaben zusammenstellen ich weiß es nicht keine ahnung 50 prozent englisch schon wieder nicht geschafft b 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 b... ja 50 prozent schon wieder nicht geschafft hmm maybe you should spend a little more time reading james would do the good diese buchstaben zusammenstellen das ist doch krank naja mach mi die quest hier ... der kandidat der kandidat Geh, nerd! Wie original! Du bist ein nerd! Was nächstes? Drei Augen? Aber die Sprache nicht zuhören! Was ist das? Klasse... ...Präsident. Klasse-Präsident, Dummy! Das ist du? Ich bin der größte Kandidaten, ich weiß! Ja, so ist deine Mutter! Ja, genau! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Don't forget to wipe! Wie ist die Kampagne, Ernest? Du wählst für mich, wirst du? Ja, keine Chance. Was, wenn ich dich betalte? Ich betalte mich? Ich wusste immer, ich war ein Boren-Leader. Ja, aber wenn du alle wählst, wirst du niemals gewinnen. Denn sie werden definitiv deine Sprache verhören. Oh! 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 Unless ich einen Sicherheitsmanager hatte! Oh! Oh, bitte! 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 Oh, ich habe Geld! Ich kann dir bezahlen! Gut! Ich bin immer ein Politiker. Gut! Geh zum Ball! Achso! Zum Balkon der Aula! Und dann! Auf jeden Fall wieder hoch! Wie ein paar Flüsse! Ich kann ihnen nicht sprechen, meine Freunde! Die Schule braucht Hilfe! Also wir können sie nicht Das ist sein Nein Bei choosing me as your leader Das ist ja oben auf der Karte selber ist alles klar We will usher in a new era of education Abusive Prefects Gone Norde Excellent job artist Luckluster teaching Gone Bats beide voll getroffen Nie wieder Sport Feuerschwemm Mappe gezimmert Money no longer wasted on silly musicals or crafts Tschüss My opponent would have you believe OUCH! Jaaah Ine I heard you like art class you fru Oh Sport Are more meaningful for your teacher Come on Than decent textbooks And competent teachers Come on What have sports done for you? Except... Cause pain and misery A little bit better I have a little bit better While my opponent is May also be more popular Ha 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 Good looking and muscular And have the attention of the school bimbos Auf jeden Fall Your fly's undone He just doesn't have what it takes to be president Why do you even try There are some who claim I don't represent the masses I can't hear you Let me tell you Hey! You start! I've been beaten Just as much as you It's time to change for the better A vote for Ernest means a vote for... Boo! The triumph of brains over Braun Jetzt kommen sie aber nochmal auf alles her Oh, geschafft! In closing, remember A vote for E Means a vote for me Thank you everyone And now it's you Ha 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 Was für ne Stimme mit Rotten Yeah, yeah, party Oh ne geile Schleuder jetzt Schleuder mit Zoom Super Schleuder And that's that Dann, dann, dann Müssen wir vielleicht rein scoren Und das hier noch ein bisschen ändern Dass ich vielleicht... Ja, sehen wir mal Äh Aber ich würde sagen Da ist das Speicherbuch Da geh ich jetzt hin Und werde jetzt gleich speichern Deswegen würde ich sagen Ich hoffe es hat euch gefallen Und bis zum nächsten Mal Euer FlashU3P Und tschüss!